kuckuck da sind wir wieder die durchgeknallten ja willkommen zurück zu let's play hertha genau heute auswärts gegen borussia menschengladbach genau ja wir könnten bei denen eine trainer stelle annehmen machen wir aber nicht genau das wollte ich auch gerade sagen sehr schön ja ich würde sagen nach dem letzten unentschieden was gegen dortmund schon ziemlich gut ist auswärts ja also unentschieden wäre jetzt gegen glattbach auch ganz gut aber ich glaube wir schaffen mehr ja glaube ich auch also los geht's auf geht hertha kämpfen und siegen wenn ich das zusammenstände passt das ganz gut ja ja nie ist zu rausnehmen nein mache ich kann euch jeder wissen dass ich hier die sequenz schneide aber sonst nichts ja hallo 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 kennen wir den nicht ich sag mal ja ist nicht ronni auch noch da ja ne rafael ja aber ronni war doch so geil also sogar in ronni rafael krasse gleich spieler ne exterter mannschaft wisst du bescheid drei punkte pflicht bei uns mal juka also schieber stocker sie werden wir sind korb share lustenberger schulz kraft jaa bämm bämm komm gehen wir gleich offensiv baum chica hua ne ausdeutschen wir nicht erstmal wir werden sehen boah was macht der denn da Prima Ballerina okay ja das ist von meiner kredite hätte ich auch sehr schön gespielt sehr schön gespielt nein da musst du auch irgendwann mal schießen ja ich habe gedacht es wird was aber war nicht wo er hoch steigt nein schade der wäre durch gewesen schön schade schön schade unten geht er unten pass auf unten okay sehr schön wo bin ich denn überhaupt jedes mal kriegst du den ball da musst du glotzen mit auge mit auge habe ich nicht ja war klar torwart okay dann nicht sehr schön kraft ich laufe unten links oder so war natürlich auch gut unten 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 genauso schade schade ich werde schnell ist und der ist viel zu offensiv der mitte schön schön schade jetzt kommt hier ist mein lieblingswort war schade nach meinem ski das war doch nix ich habe da wirklich nichts gesehen ich ohne ich lauf ich lauf ich lauf ich lauf schade schade ja fliegt hin ja fliegt hin er hat er ihn in ein trikot gezogen ist ok ich habe zweikampf ja ist ok das hat er geschossen ach herrlich nein schade nein 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 Schöne Abwehrarbeit bis jetzt. Alter. Ey, da mauern die auch alle hinten bei uns, ey. Nein, ich werde gerade nach oben weiter. Das gibt es doch nicht, dass der den Ball kriegt, ey. Sehr schön. Sauber. Geplant. Aber ganz ehrlich, das läuft ganz gut bis jetzt. Die Abwehr steht eigentlich sehr gut. Ja, jetzt müssen wir nur nach vorne. Ja, nach vorne muss es noch besser werden. Junge, was machst du denn da? Ja, ich drück zum Ball. Ja, ich lenke ihn, will ihn zum Ball lenken, Alter. Und er? Ja, er läuft nicht von Socken. Das ist FIFA. Das ist FIFA 15. Let's play. Viel Spaß weiterhin machen. Nichts besonders. Weiter geht's. Oh, was? Wir haben nur 35% bei Besitz haben wir nur. Okay. Ja, mein. Ja. Wollte ich eigentlich gar nicht so. Ne, ist aber okay gewesen. Hätte fast gepasst. Hinten rum. Ey, wenn man diese Lollipässe... Ja, drück doch mal durch. Sehr schön. Nein. Es war sowas von klar, ey. Ey, ganz ehrlich. Das geht gar nicht so. Was? War ein Elfmeter, ey. Ey, du blöder Schiri, geh aus dem Weg. Und krieg ich verdammt doch mal ab, der Spieler, ey. Ja, nee, ist klar, ey. Ey, ganz ehrlich. Das ist sowas von beschiss, hier, ey. Ey. Ich hab gar nichts gedrückt, ey. Ich wusste es. Ja, hätt ich niemals gekriegt. Der war direkt unter die Datte. Schleiß. Ey, ihr wollt mich echt verarschen, hier, oder? Foul, Elfmeter. Ja, nee, bei uns nicht. Rote Karte. Ja. Klar, da fliegt er hin. Ich bin ganz alleine hier vorne mit dir. Geh nach rechts, nach rechts. Nein, scheiße. Okay. Ja, ging nicht anders. Klar, ey. Und alle Supermänner, ey. Ja, kommt doch mal nach hinten hier, ey. Schön, Behrens. Jetzt, jetzt, jetzt. Aha, nö. Das war ich aber nicht. Diesmal. Diesmal. Ganz ruhig jetzt. Mitte. Okay. Ey, es ging auch jeden bei, war. Ja, es ist nicht wahr, ey. Fängt schon wieder so an. Ja, wo willst du hin? Da ist nichts. Mitte. Nein. Ey, die stehen auch hinten wie eine Mauer. Ja, die stehen sehr gut hinten, muss ich ehrlich sagen. Wir haben gar keine Chance, an den Ball zu kommen, oder? Die stehen wirklich richtig gut. Mann, ey, es kotzt mich gerade übelts an, ey. Ja, Mann, ganz ehrlich, ist nun mal so manchmal. Ey. Oh, das gibts doch nicht. Nein, das kann doch nicht wahrsehen. Sorry, der war scheiße. Der war mega scheiße. Habe ich falsch geguckt. Egal, 90. Ja. Mann, 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 Mann. Egal. Schon wieder eine Niederlage. Auch in Gladbach kann man mal verdienen, oder? Naja. Komm, ey, die standen wirklich gut. Oh, aber verdient das ist... Ja, war verdient, ja. Die standen wirklich richtig gut. Wir hatten nicht wirklich eine Chance zu... ...durch Zeiten, äh... ...gegen Zeiten. Ah, sind wir wieder neun da. Ja, aber... Ey, Obertag-Bellenhilfe. Ja? Noch? Noch, ja. Denn Frankfurt hat auch nicht gespielt. Korb ein Flop. Ja. Wir werden sehen. Köln. Ach, Köln. Köln. Ach, wer will denn hier, ähm... Polska. Polen? Aber ganz ehrlich. Placikowski. Lewandowski. Pitschek. Ja. Wir wollten doch Polen machen, oder? Und der Torhüter ist von, von Arsenal. Wollen wir annehmen? Dieser... Wollen wir annehmen? Wie heißt der? Wollen wir annehmen? Wem haben den noch? Chesney oder so heißt der, ne? Hm, der Torhüter von Arsenal. Wollen wir annehmen? Ich weiß nicht. Ja, warum nicht? Einfach mal... Ja, ne, Mann. Ja, ne, Mann. Ja, okay, wir nehmen jetzt hier, äh, Polen an. Deutschland kommt ja eh noch nicht. Ne, das dauert. Wir kommen an Bord, ja, ja. Äh... Batz? Öh... Mh... Nö. Elfter sind wir jetzt. Ja, ja. Ja, es ist alles sehr eng hier. Ja, nach oben. Da verliehen wir gerade ein bisschen Luft. Ja. Gut. Hier könnt ihr euch noch mal die Tabelle angucken. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Genau. Und, ähm, ja. Drückt uns weiterhin die Daumen. Wir wollen weiter nach oben. Ne? Jo. 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 Jo.